Wir sollten da wieder anfangen, was uns früher so ein bisschen ausgezeichnet hat. Nicht diese Taktik, Technik, was viele Mannschaften auch jetzt mittlerweile schon haben, sondern auch auf dieses Kernige, was uns immer ausgezeichnet hat. Dieses Durchsetzungsvermögen, diese körperliche Robustheit, die wir hatten, diese Spiele zu drehen, an sich zu glauben und vor allem mannschaftliche Geschlossenheit. Ich glaube, der Fritz Walter hatte das mal richtig in dem Zitat beschrieben, dass wir elf Freunde sein müssen und beim Turnier 23.